Viele Hersteller haben das, aber auch nur, würde ich jetzt mal sagen, um so einen Haken auch zu machen, wir haben auch ein Regelwerk. Deswegen basieren diese Regelwerke meist auch nur auf dieser Basissicherheit. Gerade weil SAP so groß und komplex ist und jetzt auch gerade mit dieser ganzen S4-Transformation kommen neue Themen einfach dazu, die es dann so undurchsichtig machen, dass man da einfach Mittel und Wege braucht, wie man das Ganze transparent darstellen kann. Checkout oder das Regelwerk von uns auch im ECS ist wie so ein Leitfaden, weil man einfach im Grunde, wir haben die alte Welt dort drin, aber auch die Simple Vacation List komplett, die ja mittlerweile über tausend Seiten groß ist. Hallo und herzlich willkommen beim SAP IT Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und unser Thema heute ist, wie können Risikoregelwerke mein SAP Leben leichter machen? Und ich begrüße dafür unseren Gast Christopher Niekamp. Hallo Christopher. Vielen Dank. Hi. Christopher ist Geschäftsführer bei der IBS Schreiber GmbH. Er durfte in seiner Karriere viel Erfahrung sammeln und Expertise aufbauen zum Thema SAP Sicherheit und Prüfung von SAP Systemen. Durch seine Rolle ist er tief in der Entwicklung und den Vertrieb von Dienstleistungen und Softwareprodukten eingebunden, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre SAP Systeme sicher und effizient zu gestalten. Seine Erfahrungen teilt er außerdem regelmäßig in Form von Vorträgen und Webinaren, um das Bewusstsein für die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen im SAP Umfeld zu schärfen. Und das macht er heute auch hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen. Ganz genau. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Einen kleinen Disclaimer vorab habe ich noch. Wir von der MindSquare sind Partner von IBS Schreiber und nutzen IBS Schreiber Software und Content in unseren SAP Security Projekten. Und das auch erfolgreich. Das ist ja auch ein guter Grund, hier mal darüber zu sprechen. Ja und die Idee ist, wir sprechen heute über, wie machen Risikoregelwerke das Leben im SAP Umfeld leichter. Ja und vielleicht kannst du mal erklären, Christopher, bevor wir da jetzt auf alle möglichen Anwendungsszenarien gehen, was zum Geier sind Risikoregelwerke und wofür brauche ich die? Ja, also es gibt ja unterschiedliche, also man hat es ja schon häufiger gehört und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an so einem Regelwerk. Und einfach würde ich es erklären, indem im Regelwerk eine Zusammenstellung von Standards, Richtlinien und Verfahren sind, um gerade im Kontext von SAP Berechtigung eine Richtlinie aufzubauen, wer welche Funktionen in welchen Geschäftsprozessen durchführen darf und nicht. Das ist vielleicht im Grunde so mal in ein, zwei Sätzen das so zusammengefasst. Das Thema ist natürlich viel weitläufiger und viel größer. Wir machen das seit über 20 Jahren und da steckt auch viel Know-how in der Tiefe drin. Und da kann man auch viel falsch machen, sage ich jetzt mal. Da muss man schon viel Know-how auch reinstecken. Und das ist vielleicht letzten Endes das, was ich mal übergreifend so sagen würde zu dem Thema Risikoregelwerke. Aber wir kommen sicherlich später nochmal dazu, was genau on detail dort noch drin steckt. Jetzt gib nochmal bitte ein ganz, also ein Beispiel, was wäre denn irgendwie in so einem Regelwerk drin? Also du sagst, okay, wo da Risiken drin stecken und wie das definiert ist, aber gib einfach mal ein konkretes Beispiel. Was wäre denn ein Risiko? Ein Risiko wäre jetzt beispielsweise, also es gibt Einzelrisiken, wie man zum Beispiel betrachten könnte im FI-Bereich einen Kreditor anlegen. Das kann man als Einzelfunktionsrisiko jetzt erstmal betrachten. Aber der Klassiker, den man so kennt, sind SODs, also Funktionstrennungskonflikte, wenn jemand, ich sag mal, einen Kreditor anlegen darf und eine Zahl auf starten darf, solche Sachen. Und beinhalten tut das ganz natürlich die Technik, so kennt man das auch grundlegend quasi im Markt quasi zum Thema SAP. Technik heißt also in der alten Welt Berechtigungsobjekte, Transaktionen, dann geht man auch auf Feldwerte, solche Themen beispielsweise. In der neuen Welt von S4HANA, da reden wir über Fiori-Apps, Legacy-Apps, Web-Dyn-Pros, all solche Sachen, also Technik, die da drin ist. Das ist aber nicht das Einzige. Wichtig ist natürlich auch, wer arbeitet letzten Endes mit dieser Technik und wie versteht man das? Und da kommt das Thema Fachbereich halt relativ schnell ins Spiel. Und da ist es dann auch wichtig, dass in so einem Regelwerk Sachen beschrieben werden. Was macht das Regelwerk? Von welcher Sicht kommt das Ganze? Und da ist es aus unserer Sicht wichtig anzufangen, wenn man über die Geschäftsprozesse geht und dann in irgendeiner Form auch eine Verknüpfung zum Fachbereich herstellen kann. Und das ist verständlicherweise nicht die Technik, sondern dann eher eine Prozessbeschreibung mit einem Risikomanagement dahinter, um das Ganze auch besser zu greifen und Maßnahmen ableiten zu können. So, da sind ja jetzt einige Begriffe drin gewesen. Ich habe ja, kann ich ganz offen sagen, eine ganze Weile im SAP Berechtigung gemacht, ohne mir jetzt tiefgehend Gedanken dazu gemacht zu haben, was das jetzt irgendwie für ein Risiko auslösen könnte, wenn ich die Berechtigung jetzt so vergebe oder nicht. Da war, ich sage mal, eine Weile lang auch der Modus da, ja, jemand hatte ein Berechtigungsproblem und dann habe ich dafür gesorgt, dass in der SU53 kein Fehler mehr hochkam. Weiß ich nicht, ob das irgendjemand von euch vielleicht mal so gemacht hat, aber vielleicht. So, jetzt ist jetzt die Idee, also da ist also die Idee oder erstmal der Gedanke, na klar, wenn ich Berechtigung im SAP vergebe, dann kann das ein Risiko auslösen. In dem zum Beispiel dann Leute am Ende des Tages, wenn sie haufenweise Berechtigung bekommen haben, durch die Administration, Userverwaltung, Rollenzuordnung, wie auch immer oder Historie, weil sie schon so lange arbeiten in einem Unternehmen. Ich denke so an den Azubi vielleicht auch, ne, Klassiker. Genau, der irgendwann dann, wenn er weit genug rumgekommen ist, ein fachliches SAP-All hat irgendwie, ja. Das heißt also, Leute bekommen Berechtigung und mit der Zeit oder vielleicht auch auf einen Schlag entsteht dadurch ein Risiko. Was ich aber, zumindest aus meiner Erfahrung, ja, wenn ich in der PFCG irgendwas bastel oder über die SO01 irgendeine Rolle zuweise, nicht sehe. So, und jetzt, und ich sag mal sogar schon in der einzelnen Berechtigung, die sind ja da Objekte und da ist auch eine Beschreibung drin in der SAP-Help und so weiter, wird ja auch nicht klar, was das also geschäftsprozessmäßig an Gefahren mit sich birgt. Gefahren typischerweise für was? Ja, was ist denn dann eine Gefahr? Ja, die Gefahr ist letzten Endes natürlich, dass jemand Zugriff auf etwas hat, was er sieht, was er abziehen kann, gerade wenn es um das Thema SAP geht. Da ist ja, man spricht ja immer davon, dass auch viele Unternehmen so die Cronio-Wählen in SAP haben. Und da ist es gerade, wenn man über das Thema Berechtigung spricht, haben dort Personenkreise unterschiedliche Berechtigungen und Zugriffe auf Sachen, die sie nicht haben sollen. Und gerade weil SAP so groß und komplex ist und jetzt auch gerade mit dieser ganzen SV-Transformation, kommen neue Themen einfach dazu, die es dann so undurchsichtig machen, dass man da einfach Mittel und Wege braucht, wie man das Ganze transparent darstellen kann. Und vor allen Dingen nicht nur in der IT hat, sondern das im ganzen Unternehmen auch transparent darstellt. Und das ist letzten Endes auch das Wichtige zu wissen, wenn ein Geschäftsprozess beispielsweise kritisch ist, was man dann erstmal definieren muss, dass man auch weiß, was heißt das eigentlich, was dahinter ist, gegen welche Gesetze verstoße ich. Da gibt es ja verschiedene Regulatoren, die man da ja auch hat, ob es jetzt, ob man als Bank unterwegs ist, wenn dann eine BaFin prüft oder es geht nach jetzt beispielsweise Byte oder Veit, wenn es um Versicherungen auch geht. Aber auch ganz klassisch im HGB-Umfeld, wenn dort jemand etwas durchführen kann, was jetzt beispielsweise gesetzeskritisch ist. Und das ist, glaube ich, oft die Problematik, dass das einem natürlich gar nicht bewusst ist, weil man nur auf die Technik geschaut hat. Und jetzt muss man irgendwie so, ich sage mal, immer so ein bisschen den Dolmetscher spielen. Wie kann ich das eigentlich jetzt in verständlicher Sprache übersetzen? Da kommt auch immer ganz oft das Thema Rezertifizierung auch so ein Stück weit hoch, um noch ein weiteres Schlagwort quasi jetzt hier so mit reinzubringen. Ich weiß, wie es da gleich aufhört. Aber ich muss mir gleich mal eine Notiz machen. Ja, und da ist es oft so, dass man das miteinander verknüpfen kann. Und da ist es tatsächlich, wie kann man es machen, dass man von der Technik quasi auch auf die fachliche Ebene gehen kann, dass diejenigen, die es wirklich bewerten sollen, in dem Fall der Fachbereich, sagen kann, das ist ein Risiko, ja oder nein. Ach, jetzt verstehe ich auch, warum das ein Risiko ist, weil ich verstehe den Prozess jetzt komplett. Und ich verstehe vor allen Dingen auch, welche Gesetze dahinter stecken. Und das, was man vielleicht, das kennst du auch aus deinen Projekten, vielleicht viele Admins dir auch schon gesagt, gib ihnen die Berechtigung, Hauptsache er kann arbeiten. Das ist so oft das, was aus dem Fachbereich vielleicht immer so reingekommen ist, das Business muss laufen. Aber wir haben festgestellt, durch die Regelwerke, durch die Risikoregelwerke, dass man dieses Verständliche auf eine Ebene schaffen kann, dass letzten Endes der Fachbereich dann versteht, ach, das passiert damit, diesen Schaden hat mein Unternehmen damit. Nee, dann lass uns doch mal andere Lösungen suchen. Und dann kommt man relativ schnell auch mit der IT auf eine Ebene, wo man sagt, wunderbar, du sagst mir, wer was darf, wer was nicht darf und ich schaue, was ist die Technik, die dafür da ist. Und selbst da kann man auch, es ist sehr komplex, dass auch ein IT-Admin, sage ich jetzt mal, das überhaupt versteht in diesem großen Kontext. Wenn wir jetzt in einer alten ERP-Welt jetzt noch sind, in Anführungsstrichen alt, da gab es über 140.000 Transaktionen, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen, muss man letzten Endes sagen. Und selbst wenn man einzelne Transaktionen kennt, es gibt immer noch Transaktionen, wo man sagt, wo kommen die denn her, dass die das auch machen können. Und das ist einfach die Krux letzten Endes an so einem Regelwerk, dass man einfach auch tief reingehen muss. Und das ist, glaube ich, auch unsere Stärke als IBS, dass wir als Prüfer fungieren und nicht die Beraterfunktion haben. Weil da geht es natürlich in so einem Projekt oft um das Thema, das Geschäft muss laufen. Also Security kann manchmal auch hinderlich sein, aber wir merken ja in der heutigen Welt, wie komplex das wird und wie viel mehr Angriffe da sind und so weiter. Und das ist letzten Endes das, wofür ein Regelwerk im Grunde auch gemacht ist. Ich bleibe mal noch weiter bei dem Admin, der Berechtigung schubst, mehr oder weniger, oder sich manchmal da auch geschubst fühlt, weil der Fachbereich dann sagt, ja nee, mach einfach, dass es funktioniert. Das heißt, das Risikoregelwerk schlägt die Brücke zwischen dem, was technisch konfiguriert ist, also jemand ganz konkret, jemand hat eine Rolle mit einem bestimmten Berechtigungsobjekt, was ihm halt die Möglichkeit gibt, den Zahllauf, die kritische Funktion, Geschäftsprozessfunktion auszuführen. Und dann würde ein Risikoregelwerk mir dabei helfen, diesen Umstand aufzuspüren. Also würde dann sagen, weil es irgendwie im Bauch konfiguriert hat, ja, folgendes Berechtigungsobjekt mit folgender Wertausprägung bedeutet auf Deutsch, der darf den Zahllauf ausführen. Kann also dafür sorgen, dass Rechnungen bezahlt werden. Auch eben Rechnungen, die vielleicht nicht so geplant sind. Okay. So, das heißt, wer benutzt denn solche Regelwerke? Weil du hast jetzt gesagt, okay, der Fachbereich wünscht sich, es soll einfach funktionieren. Ja. Die wissen dann aber oft nicht, auf was sie sich damit einlassen, also was für eine Gefahr damit entsteht, nämlich die Gefahr, dass irgendjemand dann Geld aus dem System rausträgt. Oder Daten, was dann unmittelbar ja auch einen Schaden erzeugt. Der Admin versucht nach bestem Wissen und Gewissen Funktion, Funktionalität sicherzustellen. Genau. Ja, also dass alles läuft. Der Fachbereich will auch irgendwie arbeiten können. Wer geht denn dann hin und benutzt ein Risikoregelwerk? Also in der optimalen Welt ist es der Fachbereich. Aber das haben wir eigentlich quasi seit Mitte der 90er Predigen. Der hat irgendwo so einen Knopf und da führt er dann was aus. Ja, also er hat ja natürlich erstmal die Aufgabe, seine Risiken zu kennen und die zu bewerten. Und das ist ja letzten Endes im Grunde das, was bei ihm liegt. Die heutigen Mittel geben ihm aber nicht die Chance, das so zu bewerten. Und dann liegt natürlich oft die Verantwortung, historisch bedingt, in der IT. Und die guckt jetzt, wie kann ich das Ganze jetzt in irgendeiner Form auch quasi gerade ziehen. Weil wenn wir das Thema Stichwort Wirtschaftsprüfer haben, der sitzt oft auch bei der IT. Und dann kommen immer wieder die Fragen, wie ist das so, wie ist jenes. Und das ist quasi die Welt, wie sie heute ist, dass wir sagen, okay, Fachbereich wäre gut, wenn dieses machen würden, weil das bei denen einfach da ist. Hat es aber in den letzten Jahren nicht so gegeben. Ich kenne allerdings Unternehmen, die das wirklich wunderbar schon so umsetzen auch. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich die IT oder die Revision. Und das ist quasi das, wie das so auch entstanden ist in unserer Historie. Wir, viele kennen uns sicherlich auch durch das Prüfwerkzeug Checkout, wo es die detektive Möglichkeit gibt, es zu prüfen. Wir uns aber die letzten Jahre gefragt haben, okay, wie gibt es denn auch die Möglichkeit, das präventiv zu machen, dass man in einem einheitlichen Regelwerk im Unternehmen unterwegs ist. Was allerdings auch noch die Kommunikation und eine Basis schafft für alle Bereiche, die da sind. Sowohl Administration, Fachbereich und Revision. Und deswegen kann man sagen, ist ein gutes Risikoregelwerk. Und da muss man jetzt unterscheiden, weil viele Regelwerke am Markt haben nur den Technikteil, weil das nur da der Fokus ist. Und in dem Regelwerk, wie es bei uns beispielsweise beschrieben ist, ist es das halt mit den Prozessbeschreibungen und dem Risikomanagement. Und das ist quasi die Ebene, auch wie wir mit vielen GRC-Herstellern oder IDM-Herstellern zusammenarbeiten, um dieses Regelwerk natürlich auch verarbeitbar zu machen. Und das ist letzten Endes das, was wir damit schaffen wollen, eine einheitliche Sprache zu sprechen, ein einheitliches Regelwerk. Detektiv, präventiv und so die Sicherheit nachhaltig auch zu verbessern. Okay, jetzt, das ist ja auch das Werkzeug sozusagen, wie wir euch kennengelernt haben. Also Checkout, ein Prüftool, was von extern rangeht an das SAP und dann mal die Prüfung macht und nachguckt, wer hat hier eigentlich welche Berechtigung. Und was bedeutet das fachlich? Also technisch ist es XY konfiguriert. Fachlich bedeutet das, oh, oh, jemand kann hier eigentlich direkt klauen. Und das erzeugt ja dann oft auch schon einen Aha-Effekt, wo dann alle sagen, oh, das war eigentlich nicht so geplant, dass alle Leute in der Produktion hier Buchhaltung machen können. So, fairerweise aber auch die in der Buchhaltung sollen eigentlich nicht irgendwie einen Wareneingang buchen können oder irgendwas dann aus dem Lager rausnehmen können. Das ist auch nicht geplant. Also geht ja auch umgekehrt. Gut, und diese, das ist ja etwas, womit ihr dann groß geworden seid, mit diesem externen Prüftool. Und jetzt ist das ja so, du hast auch andere Regelwerke angesprochen. Es gibt auch andere Tools, die die SAP-Prüfung machen können und dann auch ausspucken, oh, da gibt es eine kritische Berechtigung, sage ich mal. So, jetzt, und das ist der Lauf der Dinge, so ist es die ganze Zeit gelaufen. Jetzt hast du eben einen Engpass erwähnt, der ja dann im Prinzip fast eigentlich schon der Folgeschritt ist, nämlich dieses Prüftool wurde ja vor allem oder auch von vielen Prüfern verwendet. Das heißt also einmal im Jahr oder alle zwei Jahre oder so ist jemand vorbeigekommen und hat gemeckert. Und dann sind alle erstmal rumgelaufen, waren erschrocken und haben sich auch überlegt, was heißt denn das, dass hier jetzt der Zahllauf ausgeführt werden kann von Maya Müller-Schulze irgendwie. Ist das gut oder schlecht? Also es wurden Fragen gestellt, die auch dann erstmal auch nur intern geklärt werden konnten. Es musste wirklich irgendjemandem sagen, ja, das ist okay oder das ist nicht okay, wie auch immer. Und je nachdem, was dann rausgepurzelt ist, musste dann auch gesagt werden, ja, okay, wir müssen das abschaffen. Und das ist dann ja wieder darum die Stelle, wo man tatsächlich was an den Berechtigungen oder an der Konfiguration ändern muss. Also aus der Erkenntnis, da ist irgendwas nicht in Ordnung, es muss irgendwas geändert werden. Jetzt sagst du, okay, ihr seid da jetzt aber einen Schritt weitergegangen auch und habt noch überlegt, ja, okay, wie kann man das Ganze ein bisschen weniger, es knallt, zwei Jahre Ruhe, es knallt. Also wie kann man das in einen anderen Modus überführen? Ich würde ja normalerweise, also es gibt, ja, wie gesagt, unterschiedlichste Prüftools oder überhaupt Security Tools, SAP Security Tools, die auch oft den Anspruch haben, dass sie dann sagen können, mich vor kritischen Berechtigungen von Usern warnen können oder einer Kombination von kritischen Berechtigungen. Erklär doch bitte nochmal kurz, was ist eigentlich das Problem, wenn also unterschiedliche Tools unterwegs sind? Also du hast schon gesagt, ihr habt da ja auch eine Lösung, dass ihr das vereinleitet, aber was ist das Problem von unterschiedlichen Prüftools? Das Problem letzten Endes ist, dass wir, wenn wir als Prüfer immer wieder kommen, wie du gerade schon sagtest, immer wieder alle zwei Jahre oder in einem gewissen Turnus immer wieder die gleichen Findings haben. Also man kommt aus diesem Strudel nicht raus, dass man immer wieder unterschiedliche Ergebnisse hat. Es ist dazu entstanden, oder es ist entstanden, dass unterschiedliche Regelwerke in unterschiedlichen Tools sind, weil die einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Und das ist im Grunde immer wieder dieses Gap gewesen, dass der Prüfer gesagt hat, es ist so und so und es ist auch belegbar. Und die Frage immer gestellt wurde, ja wie kam das denn jetzt zustande? Ja, weil wir verschiedene Tools hier im Einsatz haben. Jeder hat irgendwie so sein Regelwerk, liefert da was mit aus, unterschiedlichsten Inhalt, unterschiedlichste Tiefe. Aber oft war es durch das Regelwerk des Prüfers oft quasi gut zu erklären. Wieso, weshalb? Das heißt, das ist der Grund, das ist die Tiefe. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Beispiel. Viele Tools betrachten zum Beispiel aufgrund der Komplexität wenig die Transaktionen, wenn man mal so ein bisschen technisch wird, neben den Objekten. Und die sind ja ganz wichtig, gerade für die Kommunikation mit den Fachbereichen. Und das ist genau diese Detailliefe, die man braucht, damit man auch gute Ergebnisse letzten Endes erzielen kann. Und das ist etwas, wo wir gesagt haben, irgendwann muss man nochmal aus diesem Strudel rauskommen. Wir wollen ja nicht in den nächsten 20 Jahren wieder über historisch gewachsene Berechtigungskonzepte sprechen. Klar, wir freuen uns, wir finden natürlich immer wieder Findings, aber wir freuen uns natürlich viel mehr, wenn der Kunde das umsetzen konnte und wir ihm die Möglichkeit geben konnten, das auch gut umzusetzen. Und das ist das, was ich gerade schon angesprochen habe. Wie kommt man also auf diese präventive Art und Weise? Das heißt, nicht nur Detektiv immer sagt, du, 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 das ist so und das haben wir gefunden und das ist doch wieder das Gleiche oder jetzt gibt es wieder andere Themen. Sondern man sagt, okay, wo ist eigentlich der Kern? Und der Kern ist oft wirklich beim Rollenbau in diesem, ich sage jetzt mal, in der First Level of Defense, sage ich jetzt mal. Da ist es so, die Rolle wird gebaut, wunderbar, nach bestem Wissen und Gewissen und dann wird vielleicht dieses Regelwerk verwendet und sagt, oh ja, ist super. Dann wird es durchtransportiert und dann ist das quasi ein Produktivsystem. Dann kommt der Prüfer und sagt, ja, allerdings gibt es hier beispielsweise durch das, was er jetzt noch zusätzlich bekommen hat als Anberechtigung, gibt es jetzt durch die Kombinatorik, kann er jetzt einen SOD-Konflikt durchführen. Dafür verstehst du dagegen Paragraph 239 HGB, solche Sachen. Das sind dann wieder Themen, die dann sehr schwierig auch zu belegen sind, weil gerade diese, in Anführungsstrichen, Prüftools, also ich sage jetzt immer mal, die können eine Prüfung durchführen, aber es ist immer noch zu unterscheiden zwischen einem Prüftool, wenn man eine Jahresprüfung macht, weil da allein schon die Architektur, so wie wir sie haben, aus unserer Sicht besser geeignet ist, indem man einen Iststand eines Systems holt, was nicht veränderbar ist und sich das anschaut, anstatt eine Prüfung in einem produktiven System zu machen. Und dann liegt natürlich ganz zugrunde das Regelwerk. Wonach, wie ist das Regelwerk aufgebaut, wie wurde dieses Regelwerk erstellt, wie oft sind Updates in so einem Regelwerk drin. Und das ist oft dann dieser Grund, warum das in den letzten Jahren, in den letzten 20, 30 Jahren so entstanden ist, dass es immer wieder einen Unterschied gab. Und deswegen sind wir Partnerschaften eingegangen mit vielen führenden Herstellern am Markt, um zu sagen, lasst uns doch unsere Regelwerke auch in euren Lösungen einbinden. Dann kann dort der Kunde auch schon beim Rollenbau direkt eine Prüfung mit diesem Regelwerk machen. Das ist auf der gleichen Basis, wie die Revision arbeitet. Und dann bindet man am Ende nur noch den Fachbereich letzten Endes mit ein und redet auf einer Wellenlänge und mit einer Sprache. Und das sorgt aus unserer Sicht für die Zukunft, für eine Chance, keine historisch gewachsenen Berechtigungskonzepte mehr zu haben und sogenannte Leitplanken zu legen. Weil wir natürlich auch, und das zählt auch in so einem Regelwerk, wie oft ist so ein Update-Zyklus da? Den haben wir zweimal im Jahr, weil er notwendig ist, weil es immer wieder neue Updates gibt, gerade was die ganzen Fiori-Apps angeht. Mal kommen auch Apps dazu, mal gehen Apps weg, die kommen aber dieselben und sind im nächsten Release auf einmal wieder dabei. Also da sind auch manchmal ganz skurrile Sachen dann auch dabei, wo man sagt, ja okay, jetzt ist sie doch wieder dabei. Und das ist natürlich letzten Endes auch wichtig. Und auch eine Sache noch dazu gesagt, oft ist es auch so, dass man ein Regelwerk definiert, egal ob man sagt als Kunde, ich nehme das, was mir der Hersteller liefert und erweitere das. Aber die Hürde daran ist, oder das Problem dabei ist, man stülpt dieses Regelwerk über alle Systeme einmal drüber. Und das sorgt natürlich für Volls-Positives, Voll-Negatives, weil man natürlich teilweise auch so Customizing-Anstellungen oder sowas in diesen einzelnen Systemen gar nicht berücksichtigt. Und das sorgt auch wieder dafür, dass es irgendwie in irgendeiner Form wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt und man dreht sich immer wieder im Kreis. Das ist der Hintergrund. Welche Tools unterstützt ihr denn? Also für welche Tools bietet ihr diese Erweiterung an? Ja, also es ist zum einen einmal die SAST von Aquinet, die jetzt quasi mit Pathlog zusammengehört. Dann ist es die von der Xiting, die XAMS, gerade für die ganzen Projekte sehr, sehr sinnvoll. Dann das Access Control von der SAP und... Das Original sozusagen. Das Original, genau. Damit hat auch alles angefangen. Das war auch der Grund, wo damals ein Kunde auf uns zugekommen ist, der genau diesen Kreis auch mit erkannt hat und wollte das auch gelöst haben. Und jetzt, denke ich, werden wir in den nächsten Wochen mit dem nächsten Release im Sommer auch fertig sein und das IAG auch mit Regeln beliefern können. Und wo wir gerade auch an der Integration arbeiten, ist das Thema One Identity. Das heißt, wir wollen nochmal einen Schritt vorher gehen und an IDM-Tools anknüpfen. Das heißt, im Beantragungs-Workflow soll schon mit so einem Regelwerk geprüft werden, dass das erst gar nicht genehmigt wird und in den Rollenbau kommt, geschweige denn, dass das am Ende geprüft wird und sagt, was ist denn da wieder passiert. So, das sind quasi die Tools, die wir zum aktuellen Zeitpunkt liefern. So, jetzt ist es ja für mich schon, fühlt sich erstmal nicht so gewöhnlich an, sage ich mal, wenn ich ein Tool lizenziert habe. Also, nehmen wir mal Access Control. Das ist ja auch, SAP würde das natürlich anders sagen, aber es ist vielleicht nicht ganz günstig. Da ist natürlich eigentlich meine Erwartung, dass der Hersteller, ich sage mal, also bei Mailware-Scanner würde ich erwarten, dass der schließt sich ja auch ein Abo ab, sage ich mal, und dann kriege ich ein Pattern-Update regelmäßig. So, diese Regelwerke, sagst du selber, müssen aktualisiert werden regelmäßig, weil sich durch neue Funktionen, durch Änderungen, durch Hinweise von der SAP Änderungen ergeben und damit ändern sich dann auch die technischen Grundlagen, die ein Risiko auslösen können. Okay, also es braucht erstmal ein Update. Ich glaube, das ist ja auch schon etwas, was gar nicht so bekannt ist. Ich habe es schon öfters gesehen, dass Access Control-Regelwerke das letzte Mal angefasst worden sind. Ja, eigentlich, sie sind bei der Installation angefasst worden und danach war das die Wahrheit für fünf bis zehn Jahre gefühlt. Und dann, ach, wir müssen ein Upgrade machen und dann wird auch noch gefragt, ob man das nicht einfach so lassen kann. Genau. So, jetzt, gut, also von zehn Jahren und alle zwei Wochen ist ja auch nochmal ein Riesengap. Wieso kriege ich das von dem Hersteller nicht? Einfach, weil es nicht deren Schwerpunkt ist, muss man letzten Endes sagen und natürlich auch einen ganz anderen Blick darauf haben. Viele Hersteller haben das, aber auch nur, würde ich jetzt mal sagen, um so einen Haken auch zu machen, wir haben auch ein Regelwerk. Deswegen basieren diese Regelwerke meist auch nur auf dieser Basissicherheit. Das ist relativ easy, kann man sagen. Und da ist die Frage halt auch, wie breit dieses Spektrum ist, dieser Sicherheit für die Basissicherheit. Spannend wird es nachher in den Geschäftsprozessen letzten Endes. Und das ist das, wo auch wirklich spezielles Know-how einfach notwendig ist, um das aufzubauen. Und das ist einfach gar nicht deren Business, muss man letzten Endes sagen. Die wollen die Software da zur Verfügung stellen. Und dass es da dort vordefinierte Regeln gibt, das ist halt, dass der Kunde mal auf dieser Basis anfangen kann. Aber letzten Endes ist es immer so, dass der Kunde auch das alleine weiter fortfinden muss. Gerade in der Vergangenheit, viele eigene Entwicklungen auch dabei. Da muss man sowieso Hand anlegen, damit man das Ganze quasi sicher macht. Und viele sagen ja jetzt momentan auch, wenn man so in Richtung S4 HANA geht, wollen wir mehr wieder in Richtung Standard gehen. Das macht das Ganze einfacher, weil unser Regelwerk auch natürlich sich am Standard hält. Aber auch einfache Möglichkeiten gibt, das zu erweitern. Und das ist eigentlich der Grund, den man sagen kann, das ist nicht deren Schwerpunkt. Und das ist das, was ich auch sagte. Wir reden ja auf der einen Seite von einem Softwaresteller, der ein Regelwerk zur Verfügung stellt. Dann gibt es oft das Thema, ja, dann nehmen wir halt einen Berater. Der Berater soll das machen, hat aber auch einen anderen Fokus. Oder man sagt, okay, wir nehmen es nur vom Prüfer. Und da ist es halt oft, dass wir auch im Markt erkennen, der Wirtschaftsprüfer kommt. Und dann ist es, ja, der Wirtschaftsprüfer hat geprüft. Das sind übrigens die Risiken, das sind die Themen, die wir drin haben wollen. Und dann ist immer die Frage, wie kriegen wir das abgewickelt? Und oft ist es so, bauen wir einfach diese Risiken nach und dann sind wir safe. Aber da wird gar nicht betrachtet, okay, in einem halben Jahr ist das wahrscheinlich schon wieder obsolet. Wer kümmert sich eigentlich um diesen Prozess? Wie können wir das eigentlich auch in verständlicher Sprache dann verwerten und weiter aufarbeiten? Und das ist dann auch wieder so ein Kreis, wo es wieder auf dieses Konto Risikoregelwerk einzahlt, wo man sagt, naja, das kann man jetzt wahrscheinlich schon sagen, dass da wieder andere Ergebnisse hochkommen werden aus den und den Gründen. Weil man es jetzt nur reaktiv macht und nicht aktiv, diesen ganzen Prozess einmal sich anzuschauen. Und da gibt es mittlerweile Lösungen, wo man sagt, okay, das kostet mich einiges weniger an Zeit und ist viel sicherer. Und ja, das ist der Grund. Jetzt würde mich ja schon nochmal interessieren, wir haben ja gesagt, okay, die können das Leben leichter machen im SAP. Also jetzt, ich stelle mir das gerade vor, ich habe dann, ich bleibe mal bei Access Control, weil es dann die Standardlösung ist für sowas. Ja, aber die anderen natürlich auch. Da muss ja normalerweise dann schon jeder, jemand echt auf Krawall aus sein, dass er sich noch ein, ich sage mal, besseres, genaueres, umfangreicheres Regelwerk reinholt. Weil man könnte ja jetzt auch sagen, ja, wenn ich das bessere, umfangreichere, größere Regelwerk habe, dann habe ich auch mehr Meldung. Also natürlich, in a perfect world möchte man also kein Risiko haben und möchte die Wahrheit wissen, damit man damit arbeiten kann. Meine Beobachtung ist, dass auch nicht Unglück, also dass eigentlich alle so ein bisschen auch froh sind, wenn die Liste nicht so lang ist. Wie kann denn jetzt, also was ist das an eurem Risikoregelwerk, was da dann das Leben leichter macht? Ja, es ist am Ende die Detailtiefe. Ich kann einmal einen Kunden zitieren, unseren Kunden Fresenius, der sagte, durch das Regelwerk von IBS habe ich die Möglichkeit, chirurgisch in dieses Berechtigungsthema einzutauchen und genau das rauszunehmen, was jetzt gerade einen Schmerz auslöst, weil es so detailtief ist. Und dann weiß man ganz genau, was man dort anfasst. Ansonsten ist das Ganze, umso breiter das aufgestellt ist und nicht in die Tiefe geht, umso eher ist das so, das ist wie so mobile. Ich fasse eins an und weiß nicht, was danach noch so passiert. Um Gottes Willen, dann hat es die und die Auswirkungen, voll Positives, voll Negatives, all solche Sachen. Und das ist das letzten Endes, dass man einfach und verständlich dieses Thema letzten Endes so darstellt, dass man auch gar keine Angst davor haben muss. Das ist tatsächlich also dieses, oh Gott, dann habe ich ganz viele Findings. Ja, die Findings sind gekommen, weil du vorher kein gutes Regelwerk hattest. Das ist also historisch gewachsen, wie man so schön sagen kann. Und wenn man da einmal aufsetzt, gerade mit diesem ganzen SVH-Thema und sagt, wir fangen schon am Projekt an, das aufzusetzen und setzen uns die Leitplanken, dann wird das Leben später einfacher, weil wir einfach Richtlinien haben, was immer wieder aktualisiert ist aufgrund der aktuellen Technik und dann kommt man gar nicht mehr in diese Petfolie. Deswegen sehe ich das so als Neustart für alle Kunden, die jetzt quasi diesen Wechsel machen, auch mit diesem Thema mal aufzuräumen und sagen, mit dem möchte ich in Zukunft weitaus weniger zu tun haben, als ich es die letzten 20 Jahre hatte. Das mit dem SVH-HANA, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Stichwort, weil wir hatten jetzt neulich auch nochmal die Erkenntnis aus Kundenevents, die wir gemacht haben, dass also auch neu aufgesetzte SVH-HANA-Systeme teilweise erschreckend konfiguriert sind und dass oft alte Probleme dann in Upgrades auch mitgeschleppt werden. Also es wird dann auch nicht die Gelegenheit genutzt, es zu aktualisieren und hinterher hat man dann den noch größeren Salat. Also man kommt gar nicht mehr durch und geht dann sogar mit irgendwie Sub-All live oder so, wo man echt dachte, wow, ich dachte, das hätten wir hinter uns irgendwie. Okay. Das Regelwerk und dass das also chirurgisch daraus operiert werden kann, weil man besser versteht, was da passiert. Ich habe das schon öfters gesehen, dass in Prüfberichten von Wirtschaftsprüfern dann auch wirklich, ich sage mal, entweder sehr vage, ja, jemand kann Zahllauf ausführen geschrieben worden ist. Da stand dann aber kein Hinweis, wie die dazu gekommen sind. Also das heißt, es wurde nicht offengelegt, was die Prüfregel war oder es wurde hingeschrieben, ja, ADMI, FCD, Reset, was auch immer, keine Ahnung. Schlimm. Ja. Aha. Genau. Wo dann keiner alle so betretenes Schweigen so, ne, und wir dann erstmal hingehen mussten oft, den Prüfbericht aufbocken und dann erstmal erklären, okay, was ist hier okay, was ist schlimm, ja, was ist wirklich nicht, was ist oh, 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 ja, so. Und so wie ich das verstehe, ist das ja bei euch genau dann der Mehrwert, dass das also, ja, was muss ich als Admin zum Beispiel, der also eine Prüfung mit eurem Risikoregelwerk ausführt, noch machen, damit ich das dem Fachbereich geben kann. Ja, da kommt es natürlich darauf an, in welcher Art und Weise das jetzt eingesetzt wird. Wenn man jetzt sagt, ich nehme nur das Regelwerk, dann reden wir jetzt, um vielleicht vorwegzugreifen, über den ECS, Easy Content Solution. Wir haben ja zwei Lösungen. Oder man sagt, und das haben wir auch, haben wir auch viele, die als Admin arbeiten, mit Checkout, dem Prüftool, weil dort einfach, der Fokus ist zwar das Thema Prüfen, ja, aber auch das Thema Transparenz. Und dort gibt es verschiedene Reportings, in denen man sagt, wunderbar, ich lege jetzt dem Fachbereich, wir nennen das sogenannte Nutzerberechtigungsmatrix, lege ich jetzt quasi den Fachbereich vor, da ist keine Technik drin, da steht nur, Herr Mayer-Müller kann Kreditoranlegen durchführen oder auch andere Themen durchführen. Und der Fachbereich kann damit super arbeiten, weil der auf dem Geschäftsprozess arbeitet. Belästigt sozusagen mit S-Admi-FCD. Genau, solche Sachen, ja, oder Kreditoranlegen halt FK01, XK01 oder in der S-4HANA-Welt, da reden wir vom Business-Partner mit den dazugehörigen Fiori oder Legacy-Apps. Da kann der Fachbereich nichts mit anfangen, also das muss man dann unterscheiden. Und da kann er genau festlegen, oder Herr Müller darf das nicht und kann in dieser Matrix quasi eintragen, dies und jenes, also in dem Fall heißt es, ja, er darf es oder er darf es nicht. Und das kann wiederum in Checkout in dem Fall, weil es dort einfach auch die Auswertungs-Engine ist, dann auch dargestellt werden. Und da sieht man ganz klar, okay, welche Benutzer dürfen das, welche dürfen das nicht und die das nicht dürfen. Da kann man dann jetzt feingranular in die Rechteherkünfte gehen. Da kamen wir gerade zu dem Thema, der Wirtschaftsprüfer sagt, das ist ein Problem, woher kommt das Ganze? Ja, da bei uns ist es so transparent aufgegliedert, dass man dann in die Rechteherkünfte gehen kann. Woher kommt das? Aus welchem Prozess kommt das? Und was sorgt quasi dafür? Und dann entnimmt man das und dann hat das oft auch einen Effekt und dann sieht man es auch transparent. Und das ist quasi das, was der große Mehrwert quasi für die Administratoren ist in der Kommunikation. Und ja, das erleben wir auch immer wieder in der Praxis und schon sehr, sehr lange, weil wir das schon so sehr, sehr lange auch diesen Mehrwert sehen. Und wir haben auch mittlerweile immer mehr Kunden, die sagen, wir haben auch so eine Art Management-Score in einem Tool, wo man halt sehen kann, wie besser wird dieses Berechtigungskonzept halt auf der technischen Ebene. Und wir haben ja wirklich auch Kunden, mit denen wir darüber sprechen, die sagen, super, also das Dashboard geht von 0 bis 100 Prozent und boah, ich bin jetzt schon bei 70 und von einem Jahr, da war ich noch bei 60. Man sieht einfach die Veränderungen letzten Endes auch. Und das schuldigt natürlich auch für Motivation, gerade in Richtung Management, wo man einfach auch klar sagen kann, das bringt uns wirklich was. Und auch der Fachbereich atmet ein Stück weit mehr durch, weil man sagt, super, wir bewegen uns hier auf den Prozessen. Damit kann ich was anfangen und mit den anderen Sachen, guck bitte, dass das irgendwie so und so ist. Und auch das kann die IT dann letzten Endes machen, weil wir halt auch die technische Abfrage so darstellen. Wir verschließen uns dem nicht. Es gibt ja auch viele Tools, wo es halt schwierig ist zu wissen, ja, wie kommen die da jetzt drauf? Wo ist jetzt diese Abfrage irgendwie dargestellt? Ich kann die nicht vernünftig lesen. Und da ist sie auch gut lesbar, dass man sagt, ach, guck mal, aus diesem Prozess, mit diesen Abfragen und diesen, ich sag mal, diesen Wegen, die wir da jetzt haben, kommt IBS auf dieses Ergebnis. Jetzt weiß ich es und jetzt verstehe ich es auch. Und dann mache ich das und das und dann ist es auch bereinigt. Wie würdest du jetzt den Zusammenhang sehen zum Upgrade auf S4HANA, wenn ich das noch vor mir habe? Also, die Beobachtung ist ja, dass es im Prinzip ja für alle auch neue Apps gibt, wenn man dann auch den Schritt geht, sage ich mal, jetzt nicht nur, wir bleiben in der SAP-Gurie. Ein paar Sachen muss man ja auf jeden Fall dann da auch mit den neuen Apps machen. Da gibt es ja typischerweise in den Fachbereichen auch wenig Erfahrung mit. Das heißt also, automatisch würde ich auch erwarten, dass es auch wenig Erfahrung damit gibt, mit, ich sag mal, neuen Begriffen, neuen App-Bezeichnungen und so weiter, dass man da auch gar nicht weiß, was man da jetzt gerade vergibt. Also, wenn der Fachbereich vorher schon damit gekämpft hat, zu sagen, ja, können wir doch machen, ist doch kein Problem, kann der Müller machen? Dann ist ja jetzt mit Fiori das Thema nochmal schlimmer, würde ich mal unterstellen oder ist auch meine Beobachtung an manchen Stellen. Wie würde denn da jetzt dann so ein Risikoregelwerk helfen, sage ich mal? Weil normalerweise würde ich ja auch, ich kämpfe ja schon mit dem S4HANA-Projekt, da bin ich jetzt, normalerweise stelle ich mich nicht an und sage, ah, ich hätte gerne es nochmal ein bisschen komplizierter. Ich möchte gerne ein Prüftool einführen oder ein Regelwerk buchen zu unserem bestehenden Prüftool. Ja, ja, genau. Ja, das ist genau das Thema, wie wir auch, wie das Ganze, das Leben leichter machen kann. Wenn das Regelwerk gut abgestimmt ist und auch gute Inhalte hat, wie jetzt das Risikomanagement, die Anwendungsbeschreibung, Prozessbeschreibungen beispielsweise, dann kann man dort schon aufgreifen. Wir haben so circa zweieinhalbtausend Regeln, die braucht man nicht alle, ist ganz klar, die sind historisch gewachsen. Jetzt aber auch bei uns aufgrund der Erfahrung der Prüfung und der Projekte, die wir in den vergangenen Jahren gemacht haben. Aber man kann dort direkt schon auch in die direkten Interviews mit den Fachbereichen gehen. Man sieht, alles klar, es gibt hier die Prozesse, die sind beschrieben im FI-Bereich. Wir schauen, okay, was sind die Risiken dahinter? Wer darf das? Wer darf das nicht? Und kann am Ende sagen, wunderbar, die Technik im Standard ist auch schon da. Und jetzt schauen wir einfach zum S4HANA-Projekt, ja, okay, welche Apps kommen denn jetzt dazu, die wir jetzt so eigenentwickelt für uns jetzt nur haben? Und kann das dann da einfügen. Der Vorteil ist letzten Endes, weil wir unser Regelwerk ja nicht in Form einer Excel-Liste, sondern immer nur in Form eines Produktes auch geben, ob es jetzt Checkout oder ECS ist. Da gibt es einen ganz großen Vorteil. Die beide Produkte erkennen aufgrund der Customizing-Einstellungen, um welches System es sich gerade handelt. Wenn wir jetzt davon sprechen, das ist auch oft, ja, wir haben schon ein Regelwerk auf ERP, wir müssen jetzt auf S4HANA gehen. Die Prozesse sind dieselben geblieben, wir kennen auch unsere Risiken, aber jetzt muss alles mal auf S4HANA mit den ganzen Apps. Checkout oder das Regelwerk von uns, auch im ECS, ist wie so ein Leitfaden, weil man einfach im Grunde, wir haben die alte Welt dort drin, aber auch die Simplification-List komplett, die ja mittlerweile über tausend Seiten groß ist, mit den ganzen Apps, die dort drin sind. Das heißt, man weiß pro Prozess, welche App ist eigentlich dafür zuständig. Und gerade wenn es um Analyse geht oder Bereitstellung von einem Regelwerk, es ist tatsächlich möglich mit dem ECS, wenn man es vorher einmal definiert hat, das Regelwerk, und hat das dort drin, was, also wir haben auch aufgrund der Projekte die Erfahrung, dass wir bestimmt 98, 97, 98 Prozent der Prozesse alle abdecken, die es im Unternehmen gibt. Die baut man auf und jetzt muss man im Grunde nur noch das System, das neue S4HANA-System scannen. Und ich würde jetzt mal, es ist jetzt vielleicht ein bisschen Marketing oder Vertriebssprech, muss man sagen, aber in fünf Minuten hat man tatsächlich dieses Regelwerk übersetzt auf S4HANA. Okay. Weil wir einfach in der Lage sind, dieses System zu scannen und dann wird nur noch das gesehen, was in dem System auch drin ist. Das heißt, unsere Regeln sind so aufgebaut, dass wir die alte Welt haben und die neue Welt und er erkennt automatisch aufgrund von Customizing-Einstellungen, aufgrund von Release-Ständen, okay, was ist dort installiert, was ist dort nicht installiert, ist da diese App, die eigentlich dafür zur Verfügung steht, installiert. Auch da gibt es Unterschiede, manche Apps hat man gar nicht, die werden gar nicht im Regelwerk berücksichtigt und man hat das direkt auf S4HANA. Und würden damit ja auch kein Risiko auslösen. Ganz genau, das ist das. Und das ist natürlich das, wenn man das alles selber hands-on so macht, da passieren einfach Fehler. Und wir haben natürlich das schon sehr lange so zusammengebaut, dass das nicht passiert. Weil uns würde das natürlich auch heute passieren, wenn wir das auch so machen, ist ja ganz normal. Und am Ende, und das stellen wir immer wieder fest, wir machen Migrationsprüfungen. Gerade die Revision beauftragt uns auch oft, dass wir noch bevor das Go-Live ist, dass wir eine Prüfung durchführen. Wir haben seltenst den Fall, wo wir sagen, super, Daumen hoch, kann losgehen. Sondern wir haben tatsächlich auch mal ein Projekt gehabt, wo es auch wirklich dann erstmal komplett eskaliert ist und gestoppt ist. Weil wir gesagt haben, das kann man so nicht machen, das wäre hart. Das hat die Revision auch so gesehen, definitiv. Und man konnte es aber auch relativ schnell entkräften und dann den Kollegen auch zeigen, das und das und das waren die Probleme. Und deswegen bieten wir es auch heute unseren Partnern oder auch Kunden allgemein an, dass wir einfach neben dem Beratungsaufwand, was man dann in so einem S4HANA-Transformationsprojekt hat, dass man einfach einen Prüfer mitlaufen lässt für gewisse Meilensteine. Einfach noch einen anderen Blick drauf hat. Das ist so viel mehr wert, als statt am Ende vielleicht zu sagen, verdammt, jetzt haben wir da doch so viele Ergebnisse, jetzt müssen wir nochmal nacharbeiten. Ja und vor allem leichter, bevor die Kiste produktiv ist. Ganz genau. Also wenn erstmal alles am Rennen ist, dann möchte keiner mehr in die Räder reingreifen. Genau, dann heißt es wieder, ja jetzt sind wir schon produktiv, jetzt läuft das Ganze, jetzt müssen wir wieder eingreifen. Das ist auch irgendwie doof. Und das hätte man natürlich alles im Vorfeld dann wegmachen können. Also das Thema Berechtigung und auch das Thema Regelwerk, das ist gar nicht mehr so ein kompliziertes, wenn man ein gutes Regelwerk hat, was einem das auch gewiss vorgibt, das Ganze so zu verstehen. Und das spart sehr, sehr viel Zeit beim Kunden. So, jetzt hast du ja beide Begriffe schon erwähnt, also Dienstleistungen, die ihr anbietet. Vielleicht kannst du das nochmal so zum Ende hin nochmal kurz auseinandersortieren. Checkout hast du schon erwähnt, euer Prüftool, ECS hast du jetzt noch erwähnt. Erklär mal bitte, was sind denn die Geschmacksrichtungen und für was kann man das buchen? Also es kommt natürlich immer auf die unterschiedliche Kundengröße auch an. Wenn man jetzt von einem kleinen Kunden spricht, dann sagt man, okay, ich brauche vielleicht jetzt nicht unbedingt das große administrative Tool, weil ich nicht unbedingt auch die Manpower habe, das überhaupt zu bewältigen oder einzusetzen. Aber irgendwie muss ich doch trotzdem wissen, was muss ich eigentlich ändern? Und dann ist eher auch häufig, wenn man über die IT spricht, sagt man, gut, ich brauche Checkout, weil für mich ist es eher wichtig zu wissen, die Ergebnisse zu sehen. Was muss ich tun, anstatt eine Hilfe zu haben, was ich umstellen muss, aber weiß gar nicht, was ich eigentlich umstellen muss. Oder möglicherweise nach einem Regelwerk, was so nicht spezialisiert ist darauf. Das wäre ja typischerweise die Steigerung von, ich laufe manuell erstmal los mit dem DSAG Prüfleitfaden oder irgendwie sowas. Und wenn ich dann doch merke, das skaliert einfach nicht, weil man muss ja das auch manuell prüfen, das ist ja schon total anstrengend. Und das ist ja kaum etwas, was man regelmäßig machen kann. Das wäre da. Ja, guter Stichwort, was du gerade gesagt hast, DSAG Prüfleitfaden, der aktuelle, der rausgekommen ist, der jeder DNG lesen hat, stellt auch fest, abzuleiten für die IT ist das relativ schwierig, weil es doch sehr auf einer Meta-Ebene ist, wo man sagt, okay, wie kann ich das jetzt übersetzen und verwenden? Das haben wir auch schon übersetzt quasi für unser Regelwerk und haben das mit unseren Prüfern quasi zusammengeführt, sodass man das auch direkt nach dem aktuellen DSAG Prüfleitfaden auch auf Knopfdruck nutzen kann. Und das ist tatsächlich jetzt auch so möglich, tatsächlich auf Knopfdruck, man wählt das aus, man nimmt seine Regeln, baut das ein und dann sieht man direkt auch seine Ergebnisse. Und das ist, glaube ich, echt am Anfang erstmal der große Mehrwert. Wir haben aber auch große Kunden, die das in der IT einsetzen, weil es einfach transparent ist und einfach einen anderen Fokus hat. Das Thema Rechteherkünfte, verschiedenste Darstellungen, großer Mehrwert ist eine Delta-Analyse auch zu machen, zu sagen, okay, ich habe heute mal eine Prüfung gemacht, habe jetzt was verändert, ich mache in drei Wochen nochmal eine Prüfung, jetzt sehe ich nur noch das Gap. Und das ist auch gerade zum Thema Rezertifizierung wunderbar mit dem Fachbereich zu sagen, ja, ich kriege jetzt nicht mal eine Liste, wo 100 Leute drin sind, sondern nur noch drei. Und so kommt man dann auch irgendwann auch in einen Arbeitsworkflow, wo man sagt, das spart mir auch echt Zeit. Und das ist so für den einen Teil. Oder wir reden natürlich von großen Kunden, die dann sagen, okay, die Revision braucht ein Werkzeug, weil alle anderen sind technisch. Aber, und da kommen wir zum Präventiven, es muss halt am Ende auch für die IT etwas da sein, damit man das übersetzt. Und dafür wäre dann der ECS da, die Easy Content Solution, das ist quasi ein Werkzeug, womit man Regelwerke designt und es zentral pflegt. Es ist oft relativ schwierig, das in anderen Werkzeugen zu bauen im Verhältnis. Wir sind der Meinung, das kann man nochmal ein Stück weit einfacher machen und das ist das auch letzten Endes. Wir mussten das auch so herstellen, dass wir die Update-Zyklen machen können, dass die Technik funktioniert mit dem automatischen Kennen des Regelwerks und Anpassen auf das System. Und so hat man die Möglichkeit, relativ schnell, wie gesagt, in fünf Minuten die Systeme zu aktualisieren. Also die Idee ist, ich habe eine zentrale Stelle, wo ich ein Regelwerk pflege und dann kann ich aus diesem Tool etwas rausholen, was ich dann in meine Zielsoftware einspielen kann. Also zum Beispiel, ich könnte meinen Access Control damit betanken auf der einen Seite, meinen Checkout auf der anderen Seite und dann vielleicht habe ich in der IT noch eine XAMS oder was auch immer da laufen und die könnte ich damit auch betanken. Und alle würden sozusagen mit dem gleichen Standard arbeiten und auch mit der Hürde, über die sie springen müssen, mehr oder weniger. Das heißt, dass wenn vorne dann jemand editiert, er auch sich relativ sicher sein kann, dass das hinten auch durch die Prüfung durchgeht, weil es ein äquivalentes Regelwerk gibt. Genau. Ja und jede einzelne Lösung, das ist die Herausforderung, wenn ein Kunde das selber machen wollen würde. Erst einmal mega Aufwand, die Customizing und die Release-Einstellungen dann zu haben, dann zu wissen, welche Apps sind dort eigentlich drin. Also so würde es wieder heißen, wir bauen ein Regelwerk, schmeißen das irgendwie in diese Lösung rein und versuchen das dann auszuwerten. Das kann meistens eigentlich nur in die Hose gehen, muss man sagen. Spätestens, weil es einfach, wenn man das manuell macht, passieren da Fehler und da muss man wirklich auf viele Sachen achten. Und wir haben mit dem ECS die jeweilige Sprache der Ziellösung, ob es jetzt ein Access Control, IAG, XAMS, Passlog, SAST ist, die kennen wir, weil wir mit denen auch Partnern und haben die Regeln so aufgebaut, dass die Ziellösung das auch versteht. Und unser, ich sag mal, unser Soll ist immer Checkout, weil das ist ja unser erstes Produkt, seit Mitte der 90er haben wir das ja quasi angefangen, weil da auch ja das Thema war, unterschiedliche Prüfer haben unterschiedliches Wissen. Das ist irgendwie doof, wenn die alle da so rumrennen, weil dann der eine, die Ergebnisse, also das, was wir in der heutigen Welt haben, wenn man kein gutes Regelwerk hat oder das konsolidiert. Und dann haben wir gesagt, dann schmeißen wir das alles doch mal in eine Lösung. Ursprünglich gedacht nur für uns intern für die Prüfung. Dann kamen aber irgendwann Kunden rauf, die gesagt haben, ich mache irgendwie mehr als eine Prüfung und möchte ganz gerne irgendwie dynamischer gestalten. Kann ich das Produkt auch erwerben? Und das ist dann am Ende, die Krux am Ende auch zu sagen, versteht die Ziellösung das letzten Endes. Und das ist unsere Aufgabe, dann als Hersteller dafür zu sorgen, dass es dann richtig ist, zusammen mit den Partnern, die das auch bereitstellen, um da den Kunden einen Mehrwert zu liefern. Und dann arbeiten wir, glaube ich, zahlen wir gemeinsam alle auf das Konto Security beim Kunden ein. Ja, das hört sich gut an. Ja. Wir haben ja im Vorfeld auch kurz darüber gesprochen, okay, wie kann man sich das mal ansehen, wie kann man herausfinden, ob das was für einen ist. Und was wir vorbereitet haben, dank eurer Hilfe, ist ein Demo-Regelwerk, was ihr euch auf unserer Webseite herunterladen könnt. Die Links dazu gibt es in den Shownotes, in der Beschreibung hier auch unter dem Video, wenn ihr das auf YouTube seht. Und in diesem Demo-Regelwerk sind fünf Prüfungen drin und das ist kompatibel mit welchen Tools dann? Also mit Access Control, mit der XAMS, mit der SAST und ja, das sind die drei und da werden wir auch verschiedene Varianten auswählen. Einmal für die Kunden, die noch ein ERP-System haben oder die schon auf S4HANA sind. Okay. Das können wir machen. Es ist natürlich jetzt nicht auf das System dann gecustomized, aber man kann es trotzdem verwenden. Also dass man mal eine Idee bekommt, wie fühlt sich das an, dann eventuell dann mit so einem Regelwerk, was dann jemand anders gebaut hat oder was dann zentral generiert worden ist, dann in den jeweiligen Tools. Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus in der Komplexität auch letzten Endes? Ich glaube, also ich bin immer auch der Meinung, man fragt fünf Leute zum Thema Regelwerk und man kriegt fünf verschiedene Antworten. Und erst im Kontrast wird das Wesentliche sichtbar. Und das ist das, was der Kunde vielleicht sich reinholen sollte, mal mehr zu recherchieren zu dem Thema. Das kann ich nur empfehlen, um da mal wirklich die Unterschiede festzustellen und dann zu sagen, ah ja, okay, das verstehe ich, warum das gemacht wird. Das hilft mir wirklich. Und das kann man dann jetzt mal so ein bisschen fühlen und anfassen quasi. Ja, super. Also was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, Risikoregelwerke können das Leben im SAP leichter machen, weil sie mir helfen, schneller herauszufinden, wie die Technik, die Konfiguration zusammenhängt dann mit dem wirklich fachlichen Risiko. Es hilft mir dabei, zum Beispiel im SV HANA Migrationsbereich frühzeitig zu erkennen, wenn sich da gerade eine Verdichtung von Berechtigungen zusammenbraut, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil vielleicht die Technik, der Fachbereich die neuen Transaktionen beziehungsweise Fiori Apps auch noch gar nicht kennt. Und es hilft mir dabei, zusammenzuführen, dass alle mit möglichst konsistenten Regelwerken arbeiten, was dann mir eben auch dieses Verständnis sicherstellt in alle Bereiche. Ob ich jetzt eine interne Revision habe, einen externen Prüfer, dem ich ja dann auch auf Deutsch erklären kann, warum ich vielleicht dieses Risiko akzeptiert habe. Ganz genau. Irgendwie, ja. Genau. Ja, und dass ich dann insgesamt weniger mich tatsächlich beschäftigen muss mit der Prüfung. Also ich weiß, das ist natürlich euer Schwerpunkt. Meine Erfahrung ist, es ist okay, wenn man das mal machen muss, aber es ist jetzt auch nicht das spaßigste Thema. Ja, ja, genau. Von da aus bin ich dann immer froh, wenn ich das wenig machen muss. Also dann nochmal vielen lieben Dank. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Und ja, schaut mal nach auf der Webseite, ob diese Sache mit dem Demo-Download des Regelwerks für euch interessant ist. Probiert das gerne aus. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.